Was ist eine massive Lungenembolie? Eine massive Lungenembolie bezieht sich auf eine Blockade in einer Lungenarterie, entweder in der Primärarterie oder in einem Vira-Este. Das Objekt, das die Arterie blockiert, wird als Embolus bezeichnet und behindert den Blutfluss in die Lunge und schließlich das Herz. Eine massive Lungenembolie ist eine Verstopfung der Arterie von 50% oder mehr. Lungenembolien jeglicher Art können tödlich sein? Leider ist eine häufige Erscheinung bei Krebspatienten, bettlägerigen Patienten und anderen Personen mit Komplikationen, eine massive Lungenembolie kann sogar bei gesunden Erwachsenen vorkommen. Die meisten Menschen, die durch Lungenembolien getötet werden, sterben innerhalb der ersten Stunden des Ereignisses, was die Behandlung besonders zeitkritisch macht. Das Problem ist, dass frühe Symptome häufig mit anderen einfachen Erkrankungen verwechselt werden können und oft nicht diagnostiziert werden. In den meisten Fällen wird eine Lungenembolie durch ein Blutgerinnsel verursacht, das von den Beinen ausgeht und durch die Arterien in die Lunge gelangt. Dies wird Venöse-Thromboembolie genannt, da ein Thrombus ein Blutgerinnsel ist. In seltenen Fällen besteht der Embolus aus Luft, Fett oder Fruchtwasser. In jedem Fall blockiert der Embolus den Blutfluss, was zu Kollaps, sehr niedrigen Blutdruck und sogar zum Tod führen kann. Symptome einer massiven Lungenembolie sind Atemnot und Herzklopfen. Diese frühen Symptome werden oft übersehen, weil sie nicht schwerwiegend sind. Klinische Anzeichen einer Lungenembolie sind eine schnelle Herzfrequenz und oder Atmung sowie eine niedrige Sauerstoffsättigung im Blut. Die Zyanose ist ein wichtiges Warnzeichen für eine Lungenembolie, bei der die Fingerspitzen und Lippen blau werden. Ein Arzt führt häufig Tests durch, um Lungenembolien bei Patienten auszuschließen. Er kann eine CTPA bestellen, die für Computertomographie-Lungen-Angiogramm steht. Dies ist ein medizinischer diagnostischer Test, der ein Bild der Lungenarterien macht. Der Arzt kann dann feststellen, ob eine Blockade vorliegt. Ein Bluttest, der auch verabreicht werden kann, wird als Dedima-Test bezeichnet und sucht nach Proteinfragmenten, die nach dem Auflösen eines Blutgerinnsels verbleiben. Die Behandlung einer massiven Lungenembolie kann in sehr schweren Fällen eine Operation erforderlich machen. Dies wird als Lungenthrombectomy bezeichnet, und es ist eine Notfalloperation, um Blutgerinnsel aus den Lungenarterien zu entfernen. Wenn die Erkrankung nicht als lebensbedrohlich erachtet wird, werden normalerweise blutverdünnende Medikamente wie die Anticoagulantzin-Wafarin und Heparin verschrieben.